Und Papa, Lahn. Nanny! Papa, kommt's raus! Papa, kommt's raus! Papa, kommt's raus! Papa, kommt's raus! Ah... Papa, Lahn! Und jetzt? Ja, ich bin's. Uah, ich bin's. Boah! Warten wir. Biso und Lahn. Jetzt hier und hier rüber. Zieh das zu mir. Dann sitzt du dann, du sieh das zu mir auf einer Seite. Sieh das zu mir. Sieh das hier hin. Sieh das hier hin sitzen. Ich glaube, jetzt geh du da drüber zu Papa. Der Papa hat hier zu mir. Der hätte auch keiner auf die andere Seite. Bist du hier. Jetzt. Da sitzen. Jawohl. Hier hinsitzen. Einika, die gibt's weg mit der Einika. Steh mal auf Schatz. So. Hast du die Decke? Nein, nicht gerade, aber es ist egal jetzt. Musst du mal aufschauen? Ja. Ich bin jetzt aufgestanden. Ja, du hättest ja kein Ding, da war alles gering. Du hast jetzt die Decke verrutscht, wenn du aufgestanden bist. Oh. Es droppt hier rein. Komm, wir schwärmen dich. Doch, doch. Wir fahren dann nachher hoch und dann wirst du. Musst du dich aufwärmen? Ja. Ich guck mal, ja. Das ist besser. Halb zwei. Vor zwei. In halb fünf fahren wir wieder runter. Das ist besser. Ob das ne gute Idee war. Hier flogts überall rein. Wir stehen im Sommer ganz netter vor diesen Ort. Das ist ja wahrscheinlich gelten im Winter. Das ist ja holländisches Liesner Ort. Ja. Genau. In kam. Ja. Super. Super. Hol... 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 Hol da oben, Hol da unten. Ja, super. Überall Holender. Überall den Park, das war's noch. Jetzt sind wir oben. Schau mal, da war's Museum. Das gefällt mir nicht. Ach, jetzt sind wir stecken geblieben. Nein, da steigen nur Leute ein unten. Ich bin voll getrockt. Jetzt sehen wir es aber schon von oben, das Museum. Ja. Da hinten ist der Garten. Da ist anders, da hinten. Das ist der größte Silhouette. Also nächstes Mal müssen wir im Sommer kommen, Schatz. Im Winter haben wir es auch schon genug gesehen jetzt. Wenn ihr bei der Rentner seid, dann könnt ihr euch schön da oben in den Bergen kommen. Ja, das ist so verrückt. Manche sind ja mal in den Bergen geblieben. Das ist ganz schön verrückt, da hinten sind wir rausgekommen. Das ist so normal. Das ist so normal. Das ist so normal. Das ist so normal für eure Reknacken. Und das läuft auch ziemlich gut. Das ist so normal für unsere Reknacken. Aber nicht nur den Wind closing off, hat man das Wind ausgestattet. Das ist so ausgestattet. Jetzt sind die Wind. Das ist so ganz schön. Mehr dauert an. Die war da oben da hinten. Die war da oben da oben. Die kameras dabei. Wir sind nicht in 10 Jahren noch viel zu groß. Ja, ja. Das ist schon ein Holzroos. Das ist schon ein Holzroos. Das ist schon ein Holzroos. Der ist ja nicht in der Nähe. Keine Sorge, wir sind sicher. Keine Sorge, wir sind sicher. Wir haben immer noch so einen belastigen Eindruck. So, so. Findest du wahrhaftig lustig, he? Okay. Jetzt benden sie uns aus, oder? Ja, benden sie uns aus. Oh, hör noch mal weiter. Ja, ha, ha. vier, vier, sechs, vier. Hier ist es hier ja ... ... vier, 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 vier. ... vier, 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 vier. Wir sind gelandet. Die Erde hat uns wieder. Wir sind gelandet. Die Erde hat uns wieder.